Hallo meine Lieben, ja zunächst möchte ich euch von Herzen einen gesegneten Pfingstsonntag wünschen. Ich komme heute zu euch, weil ich eine neue Reihe auf Vimeo ankündigen möchte. Ich habe mich schon seit längerem immer wieder damit beschäftigt, dass ich möglichst alle Mitglieder unserer wundervollen Heart & Soul Family mit wertvollen Impulsen und Botschaften für eure Weiterentwicklung versorge. Und es gibt jetzt wirklich schon, ich möchte fast sagen, sehr, sehr unterschiedliche Kleingruppierungen innerhalb unserer Family. Denn es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die ganz neu zu uns kommen, die in ihrem ganzen Entwicklungsprozess vielleicht noch nicht so weit sind, die vor allem natürlich auch in Seelenpartnerschaften gefangen sind, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und für diese Resonanzgruppe wird es alle anderen Videos weiterhin genauso geben, wie ihr das gewohnt seid. Aber ich habe natürlich festgestellt, dass viele von euch sich einfach schon so sehr in eure Kraft und Stärke hinein entwickelt habt, dass ihr zum Beispiel mit manchen Videos einfach nicht mehr in Resonanz geht. Und genau für euch, ja, habe ich jetzt eine neue Reihe kreiert. Und zwar, ich möchte diese Reihe gar nicht Reading an sich nennen. Es wird zwar so heißen natürlich, weil es im Prinzip trotz allem in dieser Art vorgetragen wird. Aber es ist eigentlich eher ein Coaching. Wenn du also das Gefühl hast, du bist mittlerweile so weit, dass du dich aus Abhängigkeiten befreit hast, ja, emotionaler, materieller Natur. Wenn du das Gefühl hast, du hast einen Menschen vielleicht auch in Frieden und Liebe sein gelassen, ja, und es ist dir nicht leicht gefallen, aber du bist jetzt so ein bisschen in einem Zustand des Neubeginns für dich selbst, dann könnte diese Videoreihe sehr interessant für dich sein. Ich habe es also auch Empress Reading genannt. Wie gesagt, Reading deshalb, weil es eine schöne Bezeichnung für die Art und Arbeit ist, die ich mache. Aber es ist keine klassische Kartenlegung, in der ich nach Energien für die bevorstehenden zwei Wochen frage, sondern, und jetzt möchte ich gerne erklären, was ich hier vorhabe, ich habe mich dazu entschlossen, jeweils für alle zwei Wochen eine Karte aus dem Tarot und eine Karte aus dem Lenormand zu erbitten. Die werden rausgemischt, wie ihr das kennt von mir, und ein Krafttier. Und diese Karten legen ein Thema fest. Also diese beiden, ja, das Krafttier ist dann am Schluss die Ergänzung. Diese beiden Karten legen ein Thema fest. Und da geht es jetzt aber nicht um Zukunftsprognosen oder wie könnte sich etwas entwickeln, sondern ich greife das Thema auf, das die jeweilige Karte zum Ausdruck bringt. Ja, und dieses Thema scheint also dann, weil danach frage ich, für die kommenden zwei Wochen für euch interessant zu sein oder es könnte sich lohnen, dort mal hinzuschauen. Und ich bin gespannt, ja, wie es bei euch ankommt. Es wird dann nämlich eher so eine Art Coaching-Video sein. Das heißt, ich werde aufgrund von meiner Erfahrung sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern, was die Beratungen anbelangt, ja, welche auch handfesten Tools Menschen, die ich beraten habe, schon sehr geholfen haben. Ich werde natürlich immer wieder ein bisschen Impulse von meiner eigenen Geschichte einfließen lassen, da ihr ja wisst, dass ich mich auch von ziemlich weit unten herauf in meine Kraft kämpfen musste. Und da werde ich auch nicht müde, immer wieder von mir zu erzählen, wie ich das geschafft habe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es jeder Mensch schaffen kann. Und deswegen erlaube ich mir, diese Videos eben auch auf Vimeo zu machen. Jetzt weiß ich, dass die Schwierigkeiten mit Vimeo einfach die beiden Bezahlmöglichkeiten sind. Ich kriege immer mal wieder Nachrichten. Ich darf euch noch etwa vier Wochen vertrösten. Etwa vier Wochen dauert es noch. Dann geht unsere neue Website online. Das wird eine Website, auf der ihr dann direkt diese kostenpflichtigen Videos erwerben könnt. Das heißt, es läuft dann nicht mehr über Vimeo, sondern ihr könnt euch die von unserer Website herunterladen. Ihr habt dann auch noch wesentlich mehr Bezahlmöglichkeiten. Und wir werden dann zum Beispiel diese Videos jetzt hier auch auf die neue Seite nochmal stellen. Also wenn du jetzt bei Vimeo das Video nicht erwerben kannst, hab bitte noch ein bisschen Geduld. Die sind ja relativ zeitlos, diese Videos. Darum geht es ja bei diesen allgemeinen Themen einfach, dass man sie immer wieder anhören kann. Man hört vielleicht auch jedes Mal wieder etwas anderes, anderes Neues heraus. Ja, und dann möchte ich noch ankündigen. Zwei Dinge, die sind mir einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn ich merke, ich bekomme zu dem Thema immer viele Mails mit Fragen, dann erkläre ich es gerne im Video. Es wird im nächsten Jahr die Möglichkeit geben, Seminare bei uns zu besuchen, bei Micha und mir, und zwar auf Mallorca. Wochenweise Seminare, die sich um unterschiedliche Themen drehen. Aber natürlich Hauptsache wird es sein, euch dabei zu helfen, noch mehr zu euch zu stehen, zu euch zu finden, euch lieben zu lernen. Das werden so eine Art Begegnungswochen. Ihr begegnet uns, ihr verbringt mehr oder weniger eine Woche mit uns in einer kleinen Gruppe von gleichgesinnten Menschen. und wir, ja, unser Ziel ist es, ja, was wir gerne als Vision kreieren würden, ist, dass du in einem bestimmten Gemütszustand, in einer bestimmten Stimmung mit einem bestimmten Selbstbild auf die Insel kommst und nach der Woche gehst du in deiner ganzen Strahlkraft von dieser Insel wieder zurück in dein Leben und erhältst auch wertvollen Input, wie du das zu Hause im Alltag alles umsetzen kannst. Denn wir haben jetzt schon so viele Anfragen und auch Voranmeldungen oder Reservierungen, dass ihr da auf jeden Fall dabei sein wollt und das berührt uns wirklich zutiefst. Ja, wir danken euch da von ganzem Herzen für euer Interesse und wenn die neue Website rauskommt, dann steht da auch ein bisschen mehr Info dazu und dann kannst du dich da auch offiziell vormerken lassen. Wenn du aber das Gefühl hast, du möchtest jetzt schon irgendwo auf einer Liste stehen, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Für alle, die jetzt hier dieses Empress Reading gut finden, kann ich gleich noch verraten, dass es wahrscheinlich ab Herbst einen sogenannten Empress Club geben wird. Das wird eine Heart and Soul Mitgliedschaft. Da kannst du sozusagen dann die kostenpflichtigen Videos umsonst anschauen. Ja, du erhältst wertvolle zusätzliche Videos, die es dann nur für diese Gruppe geben wird. Also das sind viele, viele Neuerungen in Planung und wir sind durchaus am Puls der Zeit. Ja, wir versäumen nicht, immer wieder zu gucken, für wen könnten wir neue Video-Reihen kreieren, genauso wie es auch demnächst bei uns Paar-Coaching geben wird. Ja, es wird Videos für Paare geben, damit wir einfach so ein bisschen allumfassender für euch da sind und jeder sich das rauspicken kann, was für ihn gerade wichtig ist. Ja, das war jetzt mal ein etwas längeres Video, aber mir ist es einfach sehr, sehr am Herzen gelegen, euch auch zu erklären, was wir vorhaben, was wir in Planung haben und wir bedanken uns einfach auch wirklich sehr bei euch für die positive Resonanz auf unsere Projekte, die wir da so im Kopf haben. Aber jetzt, meine Lieben, bin ich gespannt, ob euch das Video anspricht. Wenn du Lust hast, es anzuschauen, geh direkt hier in der Infobox unter diesem Video auf den Link, dann wirst du zu Vimeo geleitet und ich würde mich sehr freuen, dich gleich im Film begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Pfingstsonntag und sag Tschüss, bis bald, Eure Uli Eure Uli